Das Gute ist, Patrick, wenn man ein langsames Auto hat, trifft man die Abkürzungen besser. Nicht wirklich. Ja, ist so. Du hast, dass ich gemerkt, dass es an der Abkürzung ist, ist mein Auto schon lange gerade vorbei. Dawn of War France Pack, Alter. Für 200 Euro kannst du das komplette Paket kriegen, Alter. Alle Warhammer-Teile. Wenn man es haben muss. Warhammer Dawn of War II, meinst du das Spiel? Zum Beispiel. Rebiltation. Oder Space Marines. Ich blick da auch nicht mehr durch. Alter, ich lege hier gerade. Warhammer 40.000, Dawn of War II. Rebiltation. Ja, da gibt es 6 oder 7 DLCs dazu, Alter. Wenn man hier bei Need for Speed über das Icon vom Dragrennen anklickt, dann landet man nicht in Dragrennen, sondern in einer Verfolgungsjagd. Das ist doch cool. Okay. Das sollte aber nicht so sein. Ich glaube auch. Das ist bisschen seltsam. Das ist irgendwie das falsche Icon. Seltsam, seltsam, seltsam. Das ist halt EA, ne? EA-Buggy. Jo, EA. Wenn bloß nicht mit EA, Alter. Ich frag mich, wann die für die SimCity Beta starten wollen. In knapp zwei Monaten ist das... In knapp drei Monaten... Das wird bestimmt voll der Reinfall, Alter. Wunder zu, Mann. Ja, guck. Es... Ja, ich bin mir da nicht sicher. An sich... Also das, was ich bis jetzt gesehen hab, ist halt nicht sooo extrem schlecht. Aber weißt du, wo das wahrscheinlich aufprobiert? Hm. Auf einem YouTube-Kanal, mit... Alter, 4Games. Alter, 4Games. 4Games. Ich bin mir da drauf. Oh, der verabscheut EA, der... Schreiber von Alter, 4Games. Bestimmt so ein ehemaliger... ehemaliger Mitarbeiter von EA. Ne, ne, dafür ist zu jung. Aber der verabscheut EA einem die total scheiße Sachen. Der hat da zum Beispiel gesagt... Äh... Von wegen Fiat... 1942, ne, dass du das kostenlos bei Origin bekommst, ne? Hat er dann gesagt, von wegen... Leute... Ich würd mir das eher kauft, mich überhaupt bei Origin anzumelden. Ja. Er ist die Farb scheuer von ehem. Wissste auch so, Alter. 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 Die Idioten einfach... Alles aufrufen, Alter, und meinen sie wären gut, Alter, weissste? Weil die Geile... Ohne Spaß, Alter. Die ganzen Scheiß, den die aufgekauft haben, war vorher doch immer besser. Ja, Kommandikonka haben doch aufgekauft. Vorher total besser. Jetzt Kommandikonka 3 und hast du nicht gesehen? Alles totale Scheiße. Vollton wird... Ich will gar nicht wissen, die schlecht Kommandikonka ist General 2 mit. Der vorherige Teil war ja übelst brillant. Stunde Null oder was? Ja. Stunde Null oder was? Ja. Ja, ja. Zu Kommandik einer der Gildmanging Conker-Teile die nach 2 rauskam, nach er Landstufe 2. zwei die bürger schlacht hatten wir die stunden lang lief aber da war das in die grenze offen bei den bg hast du nicht gewinnen aber da so eine übelste grenze gewesen wo wirklich kein vorhanden mehr kam wirklich kein vorhanden hatte dann gab es diese ehrenkodex regeln die man vom spielstart immer gesagt also vereinbart hatte was hast du nicht gesehen was ja was sehen und OSW und gab's da so diese Aura-Bomber, ja, hab das nicht gesehen, da hat man halt immer so gesagt, ne, abkürzungen halt. Die Lagen, die Spieler, die jetzt gestammt haben, haben sich aber auch dran gehalten, ne. Du hast da so gut die Kalkunnen, der dann diese Sachen auch gebaut hatte, ne, wenn man das dann vorher abgemacht hatte. Ja, dann gab's auch wirklich wo keine Superwaffen und hast du nicht gesehen. Erstellt worden sind. Aber die Superwaffen in den Supergenerialteilen waren auch richtig. Das schlimmsten war der Laser, du hast die Dinger so schnell gebaut, den Laser immer so effektiv einsetzen. Wie ist es, jetzt spielen wir jetzt hier, komm mal, ne Kalka. Hä, welchen Teil? Weiß ich nicht, welchen habt ihr? Ken's Rache. Was? Ken's Rache? Kann einer von euch beiden letzte Zeit reden? Den anderen höre ich gar nicht, Ken's Rache. Ken's Rache? Ken's Rache? Ja, das ist, äh, eine Serie irgendwo. Achso, sag mal, kannst du mir mal eben den Uploaded-Link für 12 und 13 schicken? Ja. Mit, äh, 10, 13. Ja. 10, 13, 13. Geht's auch los. Ja. Ich glaub, Alarmstufe hoch, oder? Ich glaub, zwei sogar, gibt's schon kostenlos. Geht's sofort los, ich will dein Leben. Das will zu haben. Die Lock-In-Daten, oder was? Ja, die Lock-In-Daten noch liegen. Nein, nein, hallo? Meine Lock-In-Daten liegen doch jeweils nur nicht die Runde, oder was? Was denn, du hast doch gesagt, er soll die gehen, Alter. Du hast gesagt, er soll mir die geben. Er sollt sich sogar unbedingt irgendwas runterladen. Wer war'n das? Wo hab' ich die überhaupt? Ja. Wenn ich's denn noch hätte, ne? Das wär'n Vorteil, wenn du mein Gesicht Mh Schön, dass sie bei mir gespeichert sind, ich die ganz sicherlich nicht haben Oh Mann Juhu haben wir 22 Uhr Ja genau, Alter Wom, was bleibt eigentlich? Jetzt weg, Hühner, Hühner anschauen Nicht mal Giga Wer ist Hühner angucken? Ach ja, Hühner Hühner sahen Gucken Auf dem bunten Hühner... Weiß ich noch Ich guck den Hühner mit dem Eiergucken zu Äh, Eier macht ihm zu Eiergucken Und was macht jeden hier? Eiergucken oder? Hä? Die Gucken Eier, Alter, der hat gesagt, ich geh jetzt Eiergucken Ohhhh Wie er wieder in der Speed fährt, der Bob Wer? Du! Wie kommst du da rauf? Alter, ich bin die ganze Zeit krack wie so Wie behindert ist denn das? Ich bin immer erster Platz und steht immer wenn ich im Ziel, bin ich im Ziel Du kriegst kein Pressier schon kein Geld Du kriegst kein Pressier schon kein Geld baby Tuck 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 Ey, was hast du da mit einer scheiß Music-Arts gestern? Wer? Du! Ich? Keiner bis dahin? Mit den Typen? Ja, Mann! Machst du ja eine scheiß Quali, Alter! Mit dem Handy aufgenommen, ne? Ja, aber trotzdem, Alter! Was hast du für ein Handy? Ja, ich hab das mit... Ich hätte das auf dem HD aufnehmen können, aber dann wäre das zu groß gewesen. Dann hätte ich das mit hochladen können. Das hab ich mit 320x240px aufgenommen. Ich hab grad gedacht, Alter! Wirklich, der Sound ist so schlecht, Alter! Ja, ich hätte von dem HD aufnehmen können. Ach Gott, da ist dann! Moin, Bebo! Ah, was waren die Hühner? Kleiner Hühnerficker, du! Hahaha, alles gut. Wir haben sogar Band gewonnen. Was hast du? Ja, alles klar, alles klar, wir haben Band gewonnen. Das Band der deutschen rassige Flügelzüchter gewonnen. Ja, geil! Congratulations, Alter! Gibt's jetzt eine aus, oder? Kass! Äh, 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 äh! Kriegst du sofort ne Belohnung dafür! Pass mal auf! Haha, ich weiß, was die war! Im D-Kreis haben wir... Die haben bestimmt... Im D-Kreis haben wir auch noch gewonnen. Ich weiß... Im D-Kreis haben wir auch noch gewonnen. Ich weiß, wie sie das gemacht haben. Die haben live im Käfig gespielt, haben gesagt, das ist ne neue Art. Das ist ein Rassenspielerat, den ich je gesehen habe. Dann hab ich gesagt, Alter, geil! So ein Rassenspielerat, wenn man noch nie gehabt hat, dann gehst du Plakette für. Hahaha, geil! N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Oh, sag mal, warte mal kurz. Kai! Kai! Oh, Mann! Haha, wie direkt weg ist! Hahaha, hinterher! Wer direkt weg ist, Alter! Voll die Schwurgele! Ich hab noch nie so was wie die beiden gesehen, ne? Hahaha! Doch, ich schon! Von den Wörts, zumindest! Ach so! Voll die Homos, Alter! Wer ist denn überhaupt dieser Icke? Kai! Schau mal auf deinen Namen, da steht das doch! Ach so! Ich will chase ihn Alter, gibt's eine Clubstep-Version, die ist so hart, Alter Ich weiß Ja, wie? Ach ne, tschau, Alter, die schlafen ja Aber bei Cinti, ich denk... Dommel, dumm, 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 ich muss dir was erzählen Dommel, dumm Hier, du erinnerst dich an dieses Event, was ich dir gezeigt habe, die Outbreak Ja Das Event Outbreak Ja Wo die Weiber sich komplett ausgezogen haben Nein Doch, hab ich den Ding zugeschickt gehabt Ja, den nicht Die lassen das Ding jetzt wieder auferleben Ich werd mal gucken, wieviel der dafür haben wir, aber ich kann VIP-Tickets besauen Äh, was? In... Warte, ich muss kurz nachschauen No Whisper-Target found Warn hier Der Flieb, der das letzte Mal organisiert hat, der macht das jetzt auch wieder, ne? Bei mir hier in den Baum Sehr gut und schön, mir aber nichts, wenn's in China ist, Alter Warum nicht? Warum nicht? Wie willst du da reden? 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 Das war echt irgendwelche illegalen Substanz von genau Pass auf Ich nehm das, ich nehm dasselbe Also Outbreak goes Air-Bit-1 Ähm Goes what? Air-Bit-1 Ah, Air-Bit-1 Wir machen das zusammen Und zwar Flugplatz 1 Sind wir daaa Neustadt-Glewe Reiner Wo ist das? Neustadt-Glewe Ich hab' schon nie geladen Ich hab' schon nie geladen Ich hab' schon nie geladen Das Laybox Alter Laybox Laybox Rainer Live Hallo Ich will mit dir reden Was denn? Hallo Rainer Felix Gervin Live Giga Ja 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 Alter Das ist richtig Wahnsinn Ich nehm den jetzt einfach Echt? Ey, wenn man neint Dann musst du doch irgendwann mal kapieren Dass man neint Das ist Das ist Äh Ein Stück erstes von Hamburg Und es gibt Und es gibt ab sofort neue Regeln Wer irgendjemanden auf die Eier geht Wird gekickt Ja Ok Du gehst mir jetzt schon auf den Salz Das ist am Am 18. Juli ist das Wow Das ist cool Oh 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 Man hat schon wieder zu viel von dem gelben Zeug geraucht Von dem gelben Ja Von dem gelben Ja von dem gelben Ich rauch den Koks, Alter Das ist, Alter, das ist zusammen mit der Epic One Das ist gut Er meinte, ich rauch Koks, Alter, der ist oben, Alter Der Blühende hat mir gemacht Der Blühende hat mir gemacht Da bin ich ja nicht mehr zu viel Schaum mit dem hier drum geht Äh, Dommer, auf der Webseite ist so ein schönes Bild von dir Ich habe von den beiden Wissen so Ja, das straten Ja, kannst du raten Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung Das straten Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung Das straten Weil es in den Unvergleich Mit den Mythen und so Ja, ich weiß von beiden Ja, sag mal Na, sag mal Na, sag ich nicht, dass du schon rausfinden Ha, ha, ha Ja, dann ruf ich mal den Fecht Ja, Dommer, ist der denn? Ja, im Fecht rufst du genau das Hemmelbild, du Vogel Ja, ha, ha, ha Da gibts aber bestimmt noch andere Ja, alles die Bilder, wo nur die beiden drauf sind Alle die beiden, Alter Und außerdem kannst du den Bein nicht reinschauen, wenn er nicht will, dass das andere kommt Genau Das müsst mich ja erst ändern, dafür müsstest du ja erst mal annehmen Und das würde ich ja nicht tun, weil ich mir dann ja Ja, ne Regelt Ey, ist mir echt ein Skippen machen, Alter, sonst hab ich heute Abend nix zu brauchen, Alter, das ist schlecht Vor allem, wenn ich am Sorfen bin, Alter, ich hab gleich die 10-fache Menge, Alter Ah, ich weiß welcher du bist Du bist nämlich auf einem, äh, Ding gemacht Bei einem anderen Juhuhu Juhuhu Du? Er wurde entlang Welcher ist das denn, der linke oder der rechte? Der rechte Wer oben Weiß ich nicht Was ist denn das denn? Der linke an der Sonne ist weiter Nee, der rechte kann ich nicht sein, das hoffe ich Ist der rechte Naja Ist der größer als ich oder gar nicht? Ich steh nämlich auf dem Bild in der Mitte, Alter, aber man sieht mich nämlich überhaupt nicht Hahahaha Habe ich Käppi oder Hut? Äh, Hut Genauso wie der andere, von daher war ich nicht Naja Naja Hat der nicht gekappt hier an? Es sind beide süche Okay Das ist schlecht, ne? Habe ich ein Hemd an oder hat er ein Hemd an? Beide Ja, beide haben ein T-Shirt unter Stehe ich drin oder stehe ich draußen? Drin Hahahaha Beide Beide Ne, ich weiß nicht, die Züge Bin ich gerade ins Tode oder bin ich gerade klar im Kopf? Sind die Hemden? Beide? Äh, ich würd sagen so wie beide Genau, weg Ist das Hemd Haru-Motag? Ja Beide Und das sind auch beiden Hahahaha 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 Hat nämlich ein grünes runter gehabt Hahahaha Das dauert nicht hin Und jetzt kommt Wer bin ich? Wer bin ich? Hahahaha Hahahaha Keiner von beiden Keiner von beiden Ich bin das braun unter der Ecke liegt Hahahaha Hahahaha Wenn ihr ganz 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 im Hintergrund links guckt Das ist da ohne Der schwarze Der schwarze ganz hinten nach vorne weg Wie wärs wenn du dann mal ne Funktion einbaut? Dass wenn man auf das Bild klickt, dass man es halt im Vollbild hat Das ist die volle Größe Das ist die volle Größe, egal Das ist die volle Größe? Nein, das hab ich nicht mehr in der Absicht Aber sonst ein bisschen viel Volumen auf der Seite Das ist die volle Größe Und mit Ja, das wird gehen Ich glaube ich kommt in der Bildergalerie Von Speicherern dir ja wohl keine Sorgen Es wird Meinst du? Warum nicht? Vom Speicherern musst du dir Sorgen machen Warum? Weil du einen Server hast, den je jetzt abkosten kannst Schwimm, weil's auch nicht kostet, ne? Warum soll der das tun? Was? Nur damit du im Vollbild auf Bilder gucken kannst Bess dich doch nicht auf dem Server aufn bezahlen 20 Euro im Monat mehr Ja Was sind wir denn? Ey, ich hab gestern auch nen Rechner zusammengebaut Weißt du was kostet? Wir sind vielleicht im Kauf wieder von Gras Ne, weißt du was der kostet? Wo? Ja, ne, am Arsch Machen wir noch ein bisschen was dran Sechs Ja, machen wir noch was Komm, acht Ja, und da dran rein Achttausend 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 Ja Ja Du Das wird sein Kriegst ne halbe Kriegst ne halbe Nasa Kriegst ne halbe Nasa Station dafür, Alter Ja, schönes Alter Dinko sagt auch Euro und sich mal annähernd Hier, äh Hast du den über E.O.Wer zusammengestellt oder was? Ja Okay, nicht über E Du wär Die Game Updates hätte, keine Ahnung Na? Ja Ja Wärtest du die Doch, die Doch, 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 doch Die braucht man Wollen wir es mit Bildschirm? Ja, ja klar Der Bildschirm, allein der Bildschirm kostet 2.000 Domme, ich wette, wenn du es dir woanders hättest, wärst du um Das ganze Zeug zusammengekauft, wärst du wahrscheinlich ein paar Tausender billiger weggekommen Ja Ich hab ja nicht gesagt, dass ich mir ihn gekauft habe, oder? Ja Ich hab gesagt, ich hab mir den zusammengestellt Ja Hat den im Internet mal konfiguriert Ja Ja Hab ich doch gar nicht gemacht, Alter Mensch, ich hätte 8.000 Euro zur Verfügung, Alter Schön wär's Ich mein aber ganz sicher, dass ich keinen Rechner kaufen, Alter Ja, aber du kaufst dir was anderes dafür Ja Ja Wird erstmal ne, on the Netherlands fahren, Alter Ordentlich Netherlands Wird dann da leben, Alter Auf mir Äh, ja, 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 pfff Genau I wanna chase Was ist das für ein fucking Lied? Woher kommt der On-Wood? Ich hab das nicht noch nie gehört So gedommes Haar Ja, ja Schlimm ist, Alter Musst du halt abends jedes Mal rausgehen, wenn du eine quarzen willst, Alter Früher hast du dich in die Kneipe gesessen, Alter Dann konntest du einfach eine quarzen, Alter Oh Du bist doch behindert Ich flieg mal kurz mit einem A316, oder was? A316 A316 Ganz oben Du behindert Ich flieg ja, weil es ist doch eher so Ich flieg Ja, für eine, mach mal Ist der, ist der zu bitten im Ost zu benutzen, oder was? Was ist denn? Hätt sie doch in die Hand deckt Nee, guck, der will vorn auf Er will ja nicht, dass sie mal einfach mal wieder runden, starten die Aufnahmen Neee, das tritt doch keiner, ne? Das geht, Aufnahme starten jetzt überall Oh, in der Chase, das sagt man ja nicht Echt? Ja, du nicht Ja, aber ich meine Also das muss wohl jetzt mal einer da hochgehen, ne? Nein, mach dann doch wieder aus Alter, ich bin immer nicht im Ziel, das spiel schraubt mich nicht an Ich krieg nichts dafür, dass die ganze Zeit rennen fahrt Das ist doch cool Nein!